Ich meine, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, aber ich muss sagen, dass es das ganze Konzept der internationalen Strafjustiz zu einem Witz gemacht hat, einem kranken Witz. Schau, Russland überfällt die Ukraine und innerhalb von vier Tagen kündigte der ISTGH an, dass sie eine Untersuchung durchführen würden. In etwa elf Monaten, weniger als einem Jahr, erhielten der Staatschef von Russland und mehrere Politiker Anklagen. Sie handelten mit Blitzgeschwindigkeit. Mit Palästina hingegen dauerte es sechs Jahre, bis sie überhaupt sagten, okay, wir eröffnen jetzt eine Untersuchung. Und das war nach allerlei lächerlichen rechtlichen Manövern des vorherigen Anklägers, der ganz klar nur versuchte, das Ganze zu vermeiden. Fragen wie, haben wir wirklich die Zuständigkeit, waren einfach Unsinn, Versuche, den Prozess zu verzögern. Also endlich, nach sechs Jahren, wurden diese Probleme überwunden und die Untersuchung begann. Seitdem sind drei Jahre vergangen. Und was haben wir? Nichts. Hallo zusammen. Hier ist Pascal. Und nach zwei Jahren, in denen ich diesen Kanal aus Tokio und Kyoto betrieben habe, habe ich endlich einen japanischen Experten bei mir. Saul Takahashi ist ein Menschenrechtsanwalt, der fünf Jahre lang in Occupy Palästina in der westjordanischen Stadt Ramallah gearbeitet hat, wo er als stellvertretender Leiter des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte tätig war. Saul erwarb seinen LLM in internationalem Menschenrecht an der Universität von Essex und arbeitete später in verschiedenen Positionen weltweit. Heute ist Saul Professor an der in Osaka ansässigen Chogakuin Universität. Kürzlich veröffentlichte Saul einen kraftvollen Artikel in Al Jazeera mit dem Titel Gaza wird das Grab der von den Westmächten geführten Weltordnung sein, indem er die Doppelmoral und Heuchelei des aktuellen internationalen Systems, einschließlich des Völkerrechts, gründlich diskutiert. Darüber wollen wir heute sprechen. Also danke, Saul, dass du online gekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist großartig, hier zu sein, wie alle sagen. Danke dafür. In dem Artikel, den Sie geschrieben haben, haben Sie Folgendes über den Fall des IGH erwähnt. Sie haben ihn veröffentlicht, kurz bevor das Urteil bekannt wurde. Sie sagten, der IGH könnte auf zwei Arten in Erinnerung bleiben. Er könnte als erster Schritt gesehen werden, um endlich einen Schurkenstaat für wiederholte, langjährige Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen. Alternativ könnte er als das letzte Sterben eines dysfunktionalen, von der westlichen Welt geführten internationalen Systems betrachtet werden. Nun, das Urteil wurde vor fünf Tagen verkündet. Was ist Ihr Urteil? Nun, das Urteil steht noch aus, schätze ich. Das Urteil selbst, oder besser gesagt die Entscheidung über die vorläufigen Maßnahmen, ist nicht völlig schlecht, aber es ist definitiv nicht genug. In meinem Kopf und nach Meinung vieler Palästinenser, mit denen ich in Kontakt war, sowie jener, die auf Al Jazeera und anderen Medien interviewt wurden, ist es klar. Wenn ich sage, es ist nicht alles schlecht, meine ich, dass es in vielerlei Hinsicht eine Niederlage für Israel darstellt. Die israelischen Argumente wurden beiseite geschoben und das zu Recht. Sie waren lächerlich. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass die israelische Delegation oder ihre Anwälte dachten, sie würden die Argumente gewinnen. Es schien sehr nach einer PR-Aktion ihrerseits zu sein, die Bewegungen durchzugehen und behaupten zu können, sie hätten ihr Bestes gegeben und zu argumentieren, dass der IGH gegen sie voreingenommen ist und eine antisemitische Organisation ist. Diese Argumente wurden kurz abgehandelt. Wie viele Kommentatoren bereits gesagt haben, urteilte der IGH, dass es zumindest einen plausiblen Fall gibt, dass Israel einen Völkermord begeht oder in Gefahr ist, einen Völkermord zu begehen. Vorläufige Maßnahmen sind gerechtfertigt und der Fall sollte nicht abgewiesen werden. Der IGH wird die Verdienste des Falls prüfen. Also, in dieser Hinsicht war es definitiv ein Schritt in Richtung zur Rechenschaftspflicht Israels. Allerdings, wie viele Leute hervorgehoben haben, ging es nicht weit genug. Der Internationale Gerichtshof, IGH, hat nicht zugunsten eines vollständigen Stopps der militärischen Operationen entschieden, wie es Südafrika gefordert hatte, was ein bedeutendes Manko ist. Besonders, wenn wir uns die jüngsten analogen Entscheidungen des IGH anschauen, wie Gambia gegen Myanmar im Fall der Rohingya, haben sie eine ähnliche Formulierung. Jedoch im Fall, den die Ukraine gegen Russland brachte, forderte der IGH einen vollständigen Waffenstillstand und die Aussetzung der militärischen Operationen, was Russland ignorierte. Dies zeigt einen doppelten Standard. Jeder Fall ist unterschiedlich, wie wir im Strafrecht und im Recht allgemein wissen. Aber angesichts der überwältigenden Beweise für Völkermord, die Südafrika präsentierte, welche leicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist es inkonsistent, von Russland zu fordern, das Feuer sofort einzustellen, während Israel nicht nach demselben Standard gehalten wird. Dies ist ein klarer Fall von horrenden Doppelstandards. Der IGH hat angeordnet, dass Israel sich an das Völkerrecht halten muss. Wir werden sie bitten, uns innerhalb eines Monats einen Bericht vorzulegen, um uns mitzuteilen, wie sie dem Völkerrecht nachgekommen sind. Das Problem ist, dass anscheinend davon ausgegangen wird, dass Israel als Land gute Absichten hat und geneigt ist, sich an das Völkerrecht zu halten. Es gibt jedoch keinen Fall, in dem es tatsächlich so gehandelt hat. Israel hat konsequent das Völkerrecht verletzt. Die aktuelle Situation, isoliert von ihrem historischen Kontext zu betrachten, ist fahrlässig. Ich bin davon enttäuscht. Es hätte schlimmer kommen können, aber es ist nicht gut genug. Israel kündigte sofort an, dass sie jedes Urteil ignorieren würden, mit dem sie nicht einverstanden sind, was nicht überraschend war. Innerhalb von Stunden nach der Entscheidung des IGH setzte sich die Gewalt fort. Sie begannen, ein weiteres Krankenhaus zu überfallen. Ich glaube, es war in Kanyunis. Die Gewalt hat nie aufgehört. Die Massaker hatten immer weiter angedauert. Dann wurden Beweise bei der UNRWA eingereicht und vermutlich auch bei den Vereinten Nationen insgesamt über angebliche Beteiligungen von UNRWA-Mitarbeitern an den Hamas-Angriffen am 7. Oktober. Die UNRWA handelte schnell, vielleicht zu schnell, indem sie neun der zwölf beteiligten Mitarbeiter entließ. Zwei waren bereits getötet worden, und die Identität eines weiteren war unklar. Viele Details bleiben unklar. Aber es wurde bekannt gegeben, dass die meisten der beschuldigten Mitarbeiter summarisch aufgrund von Anschuldigungen der Israelis entlassen wurden. Wir haben die eigentlichen Beweise nicht gesehen, daher ist es schwer, die Situation vollständig zu verstehen. Typischerweise werden in jeder öffentlichen oder staatlichen Einrichtung beschuldigte Mitarbeiter in den administrativen Urlaub versetzt, während der Fall geprüft wird und nicht sofort entlassen. Diese schnelle Aktion scheint übereilt. Im Anschluss daran haben die Vereinigten Staaten, mehrere westliche Regierungen und nun auch Japan ihre Finanzierung der UNRWA ausgesetzt, was einen erheblichen Rückschlag darstellt. Natürlich ist es ein offensichtliches Beispiel für kollektive Bestrafung. Die gesamte Agentur, die 30.000 Mitarbeiter hat, für die angeblichen Handlungen von nur einer Handvoll dieser Leute verantwortlich zu machen, ist wirklich empörend. Und so sehen wir diese Doppelstandards wieder. Einige Leute haben gesagt, dass es ziemlich klar ist, dass die Israelis diese Beweise zurückgehalten haben und auf ein ungünstiges Urteil des IGH gewartet haben, um sie vorzulegen. Dies sollte alle von dem ablenken, was der IGH angeordnet hatte. Das könnte wahr sein. Es klingt sehr wahrscheinlich. Aber wenn man sich die Entscheidung des IGH ansieht, dass Israel möglicherweise des Völkermords schuldig ist, was machen die Amerikaner, die Briten und die Deutschen? Sie setzen die Versorgung Israels mit einem endlosen Strom von Waffen, endloser Unterstützung in internationalen Foren und politischer Unterstützung überall fort. Aber wenn es um nur eine Handvoll Mitarbeiter geht, die mit Vorwürfen bei der UNWAR konfrontiert sind, wird das Geld sofort eingefroren. Wieder sehen wir diese Doppelstandards und völlige Heuchelei im Spiel. Also fürchte ich, dass wir auf das Ende der internationalen Ordnung zusteuern, wie wir sie kennen. Und das ist vielleicht keine schlechte Sache. Sie haben absolut recht, natürlich. Die Doppelmoral ist so offensichtlich, dass ich an diesem Punkt eine Erklärung dafür brauche, warum es scheint, dass große Teile der Bevölkerung in Europa und den USA das nicht sehen können. Wir haben so viele Videobeweise online von massiven Kriegsverbrechen, die von israelischen Soldaten bei Tageslicht vor laufender Kamera begangen wurden, wiederholt. Und all das reicht nicht aus, um die Finanzierung dieses Krieges tatsächlich zu stoppen. Aber Vorwürfe, die zwölf Personen von 30.000 betreffen, die anfangs sogar aus der Befragung und Folterung von Palästinensern stammen könnten, reichen aus, um die Finanzierung einer Hilfsorganisation in Höhe von hunderten Millionen Dollar zu beenden. Es wird uns unmöglich sein, unseren Kindern zu erklären, wie das passieren konnte. Diese Situation ist so grotesk, dass wir lange daran arbeiten werden, sie zu verstehen. Aber die Frage, die ich immer noch habe, betrifft das Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Ich habe neulich mit Ilyas Pantekas gesprochen, und er ist auch ein großer Experte für Menschenrechte. Er sagte, das Urteil des IGH, obwohl es keinen sofortigen Waffenstillstand fordert, gibt Südafrika in jedem Punkt recht. Es wird in der sehr nahen Zukunft helfen, zum Sicherheitsrat zu gehen und auch lokale Klagen in nationalen Gerichten zu starten, wodurch Druck auf Israel ausgeübt wird, was zu diesem Zeitpunkt wirklich das Einzige ist, was helfen kann. Selbst ein Befehl zum Waffenstillstand würde natürlich nicht helfen. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben im Bereich der Menschenrechte gearbeitet. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, wie dies inländisch genutzt werden könnte, um wirklich Druck auf die westlichen Regierungen auszuüben, die zu diesem Zeitpunkt die Hauptunterstützer sind? Ja, ja. Ja, sie sind zusammen in dieser ganzen verrückten Operation. Ich stimme vollkommen zu. Ich stimme auch ihrem vorherigen Gast zu. Jetzt ist es eine Waffe, die von uns, den Bürgern, genutzt und eingesetzt werden sollte. Ich denke, die Dissonanz, die Sie erwähnt haben, darüber, wie normale Leute auf der Straße auf das, was passiert schauen und es scheinbar akzeptieren, ist nicht ganz wahr. Die meisten Menschen, oder zumindest ein sehr signifikanter Teil der Bevölkerung in den meisten unserer Länder, akzeptieren es nicht. Sie durchschauen die Lügen und verstehen, was passiert. Wir haben Demonstrationen und einen Ausbruch von populärer Unterstützung für die palästinensische Sache gesehen. Diese Demonstrationen setzen sich in vielen unserer Länder fort, trotz der besten Bemühungen vieler Regierungen, sie zu unterdrücken, einschließlich des Verbots von Sprechhören wie vom Fluss bis zum Meer und des Verbots der palästinensischen Flagge. Diese Arten von Demonstrationen und Bekundungen der Volksunterstützung finden immer noch statt. Daher wird die Entscheidung des IGH definitiv ein Werkzeug in den Händen dieser Aktivisten und uns als Bürger im Allgemeinen sein. Ich denke, was sicherlich passieren muss, dass jeder einzelne Hebel in Bewegung gesetzt werden muss, um Druck auf die Regierungen auszuüben. Die Regierungen sind nicht nur mitschuldig. Sie unterstützen und fördern Völkermord, indem sie Israel sowohl materielle als auch politische Unterstützung gewähren. Und auch die großen Konzerne, wie die großen Waffenhändler, setzen diese Art der Unterstützung für die Israelis mit purer Freude fort. Andere große Unternehmen machen immer noch Geschäfte mit Israel. Es ist die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, die wirklich einen Unterschied gemacht hat. Sie wird weiterhin einen Unterschied machen. Sie sind der Ansicht, dass dies ein massiver Sieg für die Bewegung und eine massive Niederlage für Israel ist. Jetzt liegt der Ball bei uns. Wir müssen weiter drängen. Wenn man auf das Apartheid Südafrika zurückblickt, hatten die westlichen Regierungen anfangs keine Absicht, Südafrika zu sanktionieren. Sie waren daran überhaupt nicht interessiert. Es waren wirklich die Bürger, zusammen mit vielen Regierungen aus dem sogenannten globalen Süden und internationalen Foren, die dies vorangetrieben haben. Das ist der einzige Weg, wie wir echten Fortschritt vor Ort sehen können. Leider ist es nicht etwas, das morgen passieren wird. Natürlich können wir heute und morgen weiter Druck ausüben, aber es kann einige Zeit dauern, die Einstellungen dieser westlichen Regierungen zu ändern. Das macht mich sicherlich wütend, frustriert und enttäuscht, aber ich sehe keinen anderen Weg. Auf lange Sicht ist diese Art von Heuchelei und Doppelmoral einfach nicht haltbar. Also, was bedeutet das für das internationale System als Ganzes? Was bedeutet das für die internationale Ordnung? Zuerst müssen wir sicherstellen, dass die Gewalt und die Massaker in Gaza und im Rest von Palästina aufhören. Aber mittel- bis langfristig ist dies auch ein großes Thema, das angegangen werden muss. Ja, ich stimme vollkommen zu. Kurzfristig ist es für die 30.000 Palästinenser, die bereits gestorben sind, zu spät. Die Zahl könnte 40.000 oder sogar 50.000 betragen. Bis das vorbei ist, könnten wir nahe an 100.000 Toten sein. Diese Situation ist schrecklich. Aber für die Menschen in Gaza ist es zu spät. Es ist jedoch nicht zu spät, um die Westbank und Ramallah zu retten. Es ist nicht zu spät, die Auslöschung und ethnische Säuberung des restlichen Palästinas zu verhindern. Du arbeitest als Menschenrechtsanwalt. Und ich weiß, dass unter unseren Zuschauern praktizierende und pensionierte Anwälte sind. Jeder, der darüber nachdenkt, wie er seinen eigenen Staat unter Druck setzen könnte, fragt sich vielleicht, was er tun kann. Was könnten du und ich in Bezug auf die japanische Regierung tun, wo wir leben, oder ich als Schweizer Staatsbürger in Beziehung zur Schweizer Regierung? Jetzt, wo wir das Urteil des IGH haben, gibt es etwas Kreatives, das du oder ich tun könnten, um Japan zu überzeugen, die UNWAR wieder zu finanzieren. Ich denke, dass die rechtlichen Instrumente etwas sind, dass Anwälte zusammenkommen und gründlich die Möglichkeiten erkunden müssen. In Japan könnten die Optionen ziemlich begrenzt sein. Es gibt jedoch andere Wege, Regierungen unter Druck zu setzen, abgesehen von Rechtsstreitigkeiten. Wenn man betrachtet, wie die Menschenrechtsagenda in Japan vorangeschritten ist, spielen Gerichtsfälle, obwohl nicht immer erfolgreich, eine Rolle. Sie gewinnen vielleicht nicht oft, aber sie dienen als Methode, um Parlamentarier unter Druck zu setzen und ihnen die Ernsthaftigkeit ihrer Entscheidungen zu zeigen. Was strategische Züge in Japan bezüglich Rechtsstreitigkeiten angeht, bin ich mir nicht sicher, was getan werden könnte. Aber es kann effektiv sein, Mitgliedern des Parlaments und Leuten in großen Unternehmen die Ernsthaftigkeit des Problems zu zeigen. Ich habe das vielleicht schon einmal erwähnt, aber ich habe informelle Anfragen um Rat von großen japanischen Unternehmen erhalten. Sie sind besorgt über die rufschädigenden und menschenrechtlichen Risiken, die mit Geschäften mit israelischen Partnern verbunden sind. Seit der zweiten Abe-Regierung gab es innerhalb der Regierung einen erheblichen Druck, Unternehmen zu ermutigen, Geschäfte mit israelischen Unternehmen zu machen. Dies war teilweise darauf zurückzuführen, dass ultrakonservative Politiker Israel als einen Weg sahen, die Beziehungen zu verbessern, und die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Japan hatte jedoch bereits starke Beziehungen zu den USA, sodass dies möglicherweise weniger ein Faktor war. Das Hauptziel schien zu sein, sich mit den amerikanischen Verbündeten in Westasien und dem Nahen Osten zu alignieren. Auf diese Weise könnte Japan, falls die USA Truppen entsenden und einen Konflikt beginnen würden, mit ihnen zusammenarbeiten, die Menschen vor Ort kennen und sich einen Anteil an den Ressourcen sichern. Diese Strategie war auch mit einem breiteren Schub zur Wiederbewaffnung in Japan verbunden, einschließlich des Exports und der Entwicklung von Waffen. Israel wurde als vielversprechender Partner in der Waffenentwicklung und dem Dealmaking angesehen. Es gab viel Druck, diese Richtung zu verfolgen. Japanische Unternehmen sind sich im Allgemeinen der Reputationsrisiken bewusst, die mit Geschäften mit israelischen Unternehmen verbunden sind. Diese Bedenken resultieren aus den möglichen Anschuldigungen an der illegalen Besiedlung und Kolonisierung Palästinas beteiligt zu sein. Ich erhielt Anrufe von großen Unternehmen, die ihre Situation erklärten. Sie standen unter Druck der Regierung, Geschäfte mit israelischen Unternehmen zu machen, unabhängig von den Umständen. Diese Unternehmen waren besonders besorgt darüber, eine Beteiligung an Unternehmen zu vermeiden, die mit dem Kolonisierungsprozess und illegalen Siedlungen in Verbindung stehen. Ihre Sorgen drehten sich weniger um das Risiko in Bezug auf Menschenrechte als vielmehr darum, Anschuldigungen von NGOs und anderen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Sie fragten mich, ob ich ein israelisches Unternehmen empfehlen könnte, das nicht in diese umstrittenen Aktivitäten verwickelt war. Wie eine israelische Firma? Ja, ich nehme an, du lachst. Ich meine, es ist wirklich eine Firma, die nicht in den Siedlungen involviert ist, sodass wir Geschäfte mit ihnen machen könnten. Und dann sind alle glücklich. Und so müsste ich ihnen sagen, schaut Leute, es tut mir leid, aber das wird einfach nicht passieren, weil diese kolonialen Siedlungen nicht wie Zeltstädte sind. Jede einzelne israelische Firma oder zumindest jede israelische Firma, die die Kapazität hat, ein Geschäftspartner für große japanische Multinationale zu sein, ist darin verwickelt. Das sind Städte. Es ist, als würdet ihr sagen, ihr wollt Geschäfte mit einer japanischen Bank machen, die nicht mit Sendai oder Kanazawa zu tun hat. Das wird nicht passieren. Jede einzelne israelische Firma über einer gewissen Größe ist direkt oder indirekt in den kolonialen Siedlungen involviert. So ist es einfach. Die gesamte israelische Wirtschaft ist darauf aufgebaut oder stützt sich zumindest auf den Kolonisierungsprozess und natürlich auf das gesamte militärische Komplex. Also es wird einfach nicht passieren. Es tut mir leid, Leute. Es ist einfach, ihr wisst, träumt weiter. Sie waren nicht glücklich mit diesem Rat, aber so war es eben. Also diese großen Konzerne sind vorsichtig, sie sind achtsam. Und die BDS-Bewegung in Japan hatte Erfolge. Wie ich mich erinnere, dachte Muji darüber nach, Geschäfte in Tel Aviv zu eröffnen und ein großes Einzelhandelsnetz zu starten. Das war vor einigen Jahren. Das war, bevor ich tatsächlich aus Palästina nach Japan zurückkehrte. Die BDS-Bewegung war erfolgreich darin, sie davon zu überzeugen, dass es weder in ihrem besten Interesse noch im besten Interesse der Menschenrechte war. Das war einer der Erfolge. Natürlich gibt es für jeden Erfolg Zeiten, in denen diese Bewegungen nicht in der Lage waren, Unternehmen davon abzuhalten, Geschäfte mit Israel zu machen. Aber jede Art von Erfolg in diesem Bereich ist ein bedeutender Rückschlag für das Apartheid-System Israels, das verzweifelt an den letzten Resten internationaler Legitimität festhält, von denen es glaubt, sie zu haben. Deshalb sind sie so empfindlich gegenüber dem, was in den Vereinigten Staaten passiert, insbesondere an Universitäten und jetzt zunehmend auch im Vereinigten Königreich. Seit dem 7. Oktober hat sich diese Sensibilität im gesamten Westen verbreitet. Sie nutzen ihre quasi nicht-staatlichen Organisationen oder Quangos, die zivilgesellschaftliche Organisationen mit engen Verbindungen zur israelischen Regierung sind und ein Netzwerk von Spendern, das oft als Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten bezeichnet wird. Sie üben Druck auf Universitäten aus, um pro-palästinensischen Aktivismus zu unterdrücken. Sie tun dies, weil sie das Schreiben an der Wand sehen. Sie wissen, dass sie die Schlacht um die öffentliche Erzählung verlieren. Deshalb ergreifen sie diese Maßnahmen. Ja, und das Ding mit den Schleusentoren ist, dass sie einmal geöffnet wirklich schwer zu schließen sind. Die Israelis verstehen das tatsächlich. Der Druck, der von der Zivilgesellschaft ausgehen kann, ist bedeutend. Der ultimative Akt wäre, wenn dieser Druck plötzlich zu staatlichem Handeln wird. Wir wissen am Beispiel Südafrikas, dass man die Regierungen der großen Staaten, der Hauptakteure, an Bord haben muss, um echten staatlichen Druck auszuüben. Das ist das Einzige, was Veränderung bewirken kann. Aber der Weg dahin führt über das Engagement und die Arbeit innerhalb der Zivilgesellschaft. Glauben Sie, dass es im aktuellen System, einschließlich des Menschenrechtssystems und des internationalen Rechts, wie wir es haben, zusätzliche Wege gibt, Veränderungen herbeizuführen, die sich nicht ausschließlich auf die Zivilgesellschaft stützen, sondern auch andere Wege. Zum Beispiel hat mir der Internationale Gerichtshof IGH gezeigt, dass in diesem System noch Potenzial steckt. Es ist jedoch auch wichtig zu erkennen, dass das gesamte rechtliche Rahmenwerk der Menschenrechte nur etwa 80 Jahre alt ist und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Wir hatten es vorher nicht und in diesem Sinne ist es immer noch relativ schwach im Vergleich zu anderen Teilen des internationalen Rechts. Wir haben Versuche gesehen, sowohl ad hoc als auch permanente Gerichtssysteme aufzubauen. Der Internationale Strafgerichtshof ISTH, der vom IGH getrennt ist, wäre ein weiterer Weg. Es scheint jedoch, dass er gründlich politisch infiltriert und unter politischer Kontrolle ist, anstatt ein unabhängiges Organ zu sein. Was sind Ihre Gedanken zum ISTGH und anderen potenziellen rechtlichen Wegen für das internationale Recht? Wie du gesagt hast, scheint der ISTGH völlig aussichtslos zu sein, was besonders für jemanden, der als internationaler Anwalt oder Anwalt für internationale Menschenrechte tätig ist, schwer zu akzeptieren ist. Ich habe meine Karriere bei Amnesty International in den 90ern begonnen. Ich erinnere mich, dass ich an der UN-Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien teilgenommen habe. eines der Hauptlobbyziele von Amnesty International war die Schaffung des ISTGH, eines ständigen internationalen Tribunals zur Verhandlung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Kriegsverbrechen. Es war ein bedeutender Moment für die Menschenrechtsbewegung, als der ISTGH gegründet wurde. Zum Beispiel, als ich in Palästina war, hatten wir junge Männer im UN-Personal, die ein paar Jahre in meinem Büro arbeiteten, bevor sie gingen. Einige fühlten sich ziemlich ausgebrannt. Sie waren skeptisch bezüglich der Wirksamkeit von Menschenrechtsbemühungen, insbesondere in Bezug auf die Situation in Palästina. Sie fühlten sich niedergeschlagen und ich fand mich dabei wieder, ihre Stimmung heben zu wollen. Ich hatte nicht vor, heldenhaft zu sein. Ich wollte nur Ermutigung bieten. Als ich in Wien auf der Weltkonferenz für Menschenrechte war und für ein permanentes internationales Tribunal lobbyierte, zweifelte ich an dessen Machbarkeit. Es schien wie ein unrealistischer Traum. Jedoch gelang es uns, den internationalen Strafgerichtshof im Jahr 2002 zu etablieren. Anfangs klagte der ICC nur Personen aus Afrika an, was zu weit verbreitetem Zynismus führte. Trotz seiner Unvollkommenheiten verteidigte ich den ICC und betonte seine Bedeutung. Die Menschenrechtsbewegung hat Jahrzehnte damit verbracht, für diese Institution zu werben und für die Rechenschaftspflicht bei Menschenrechtsverletzungen zu kämpfen. Als Menschenrechtsbefürworter glauben wir, dass wir Teil von etwas Größerem als uns selbst sind. Der internationale Strafgerichtshof ICC war ein Meilenstein, der zeigte, dass wir einen Unterschied machen konnten. Allerdings war seine Untätigkeit gegenüber Palästina und die Doppelstandards im Vergleich zu seinen Aktionen gegenüber der Ukraine entmutigend. Es ist schwer zu akzeptieren, aber das hat das Konzept der internationalen Strafjustiz zu einem Witz gemacht. Zum Beispiel hat Russland die Ukraine überfallen und innerhalb von vier Tagen kündigte der ICC eine Untersuchung an. In weniger als einem Jahr erhielten der russische Staatschef und mehrere Politiker Anklagen. Ihre Reaktion war unglaublich schnell. Im Gegensatz dazu dauerte es sechs Jahre, bis der ICC überhaupt eine Untersuchung zu Palästina begann. Diese Verzögerung kam nach zahlreichen juristischen Manövern des vorherigen Anklägers, der das Thema zu umgehen schien. Wissen Sie, Zuständigkeit. Haben wir wirklich Zuständigkeit? Das ist einfach Unsinn. Sie versuchen nur, das Problem auf die lange Bank zu schieben. Also schließlich, nach sechs Jahren ist das alles überwunden worden. Und endlich hatten wir diese Untersuchung, die begonnen hat. seitdem sind drei Jahre vergangen. Und was haben wir? Nichts. Wir haben keine Anklagen. Wir haben den aktuellen Staatsanwalt, der offensichtlich sanft mit Israel umgeht. Wenn man sich die Aussagen ansieht, die er seit dem 7. Oktober gemacht hat, war er sehr hart gegenüber der Hamas. Und bei Israel ist es einfach, ja. Ich meine, er sagt zwar, dass sie sich an das internationale Recht halten müssen, aber es ist, als würde er sie mit Samthandschuhen anfassen, wenn man sich die Art der Sprache ansieht, die er verwendet. Er sagt wirklich, oh, wissen Sie, Israel ist ein fortgeschrittenes Land und sollte in der Lage sein, sich an das internationale Recht zu halten. Und wir vertrauen darauf, dass es das auch tun wird. Das scheint die Anspielung zu sein. Und ich denke, das sehe ich auch so bei der Entscheidung des IGH. Die Entscheidung des IGH ist besser als diese skandalösen Aussagen des ICC-Anklägers. Aber trotzdem gibt es diese Anspielung, diese Annahme, dass Israel ein gesetzestreues Mitglied der internationalen Gemeinschaft sein kann, sein sollte und sein wird. Wissen Sie, das ist einfach wirklich Unsinn, wenn man betrachtet, was bis jetzt über die Jahrzehnte geschehen ist. Das ist etwas, worüber ich mich ärgere, nicht nur das internationale Recht, sondern das Recht im Allgemeinen. Wir neigen dazu, spezifische Vorfälle oder Fälle vom breiteren Kontext zu trennen. Als Juristen werden wir darauf trainiert, uns auf die Details zu konzentrieren und dabei fast das größere Bild zu vergessen. Dies ist ein bedeutender Mangel des internationalen Rechts, besonders in der Art und Weise, wie es mit dem Fall Palästina umgegangen ist. Sie fragten nach anderen Mechanismen neben dem internationalen Strafgerichtshof ICC. Es gibt mehrere, einschließlich des Sicherheitsrats. Allerdings könnte die Diskussion über den Sicherheitsrat uns zum Lachen bringen, denn er ist das einzige UN-Gremium, das bindende, verpflichtende Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen kann. Dann gibt es die UN-Vertragsorgane, den Menschenrechtsrat und die Generalversammlung. Diese können Resolutionen verabschieden, die oft von Israel und den Vereinigten Staaten ignoriert werden. Sie können auch Untersuchungsmissionen und Untersuchungspanels erstellen, mit denen Israel sich weigern kann, zu kooperieren. Wissen Sie, es gibt diese Arten von Gremien. Aber wirklich, wir kommen zurück zum Sicherheitsrat. Was wird damit passieren? Hier müssen wir Druck auf die mächtigen Regierungen ausüben, die Israel unterstützen, insbesondere die Vereinigten Staaten. Die USA sind in dieser Situation der Schlüssel. Die USA müssen sich ändern und ich glaube, das werden sie. Ich bin sehr optimistisch diesbezüglich. Es ist jedoch schwer, optimistisch und fröhlich zu bleiben, wenn wir Tag für Tag die Massaker an unschuldigen Zivilisten in Gaza sehen. Es ist sehr schwierig, aber die Zeichen stehen in den Vereinigten Staaten an der Wand. Die öffentliche Meinung in den USA kann sich sehr dramatisch ändern. Sie kann plötzlich von einem Extrem ins andere wechseln. Soziologen und Anthropologen sagen seit 20 oder 30 Jahren, dass dies kommen würde und sie haben wahrscheinlich recht. Aber Veränderungen können sehr dramatisch erfolgen. Ich glaube, wir könnten jetzt an diesem Punkt sein. Ich hoffe es. Und sie haben im Nachhinein recht. Ja, genau. Sie haben im Nachhinein recht. Es ist, als würde man darauf schauen, was mit der Berliner Mauer passiert ist. Man könnte sagen, oh, naja, wir haben das kommen sehen. Aber die Wahrheit ist, niemand hat es kommen sehen. Und doch passieren diese Dinge. Außerdem markieren Pearl Harbor und andere bedeutende Momente die Zeiten, in denen große Veränderungen eintreten. Die ganze Idee ist, dass man sie nicht vorhersehen kann. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass Israel konsequent behauptet, es halte sich an internationales Recht, humanitäres Recht und Menschenrechtsrecht. Es behauptet auch, die moralischste Armee der Welt zu haben. Das haben wir schon so oft gehört. Es ist so, als ob es unschuldige Menschen erschießt, während es behauptet, es würde so etwas niemals tun. Das ist der Wahnsinn. Also ist es wirklich einfach für sie, mündlich dem zu entsprechen, was der IGH gesagt hat. Weil sie behaupten können, wir haben immer gesagt, dass wir uns daran halten. Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt.